I can't meet you today. Can't get at your own way. Well, hold on, hold on, hold on. Herzlich willkommen bei Ich will dem Bulli, unseren ersten Film hier. Wir sind jetzt gerade in Berlin angekommen, haben Max jetzt abgeholt und jetzt fahren wir und kochen ein französisches Menü, nämlich... Crêpes. Crêpes Suzette, Mademoiselle. Bis später. Wir wollen heute die Challenge machen und zwar die mit dem Essen kochen und so. Wir sind jetzt aber am Kudamm, haben Papptäler gekriegt, keine Pfanne, müssen noch eine Pfanne besorgen. Aber wir haben ein kleines Problem. Anlasser. Kommt nicht. Also, wir stecken fest auf dem Kudamm. Ach, wir sind alle so unfähig. Wir haben jetzt eingekauft im Rewe und sind hier genau in Berlin mitten an der East Side Gallery, da wo die Mauer ist. Wir haben uns einfach hier drauf gespruggelt und jetzt werden wir hier mit Livemusik Crêpes zubereiten. Herrlich, oder? Komm mal mit. Wir haben alles erledigt. Aufgabe eins. Einen netten Abend im Team verbringen, haben wir gestern gemacht. Haben wir gemacht. Aufgabe zwei. Kocht ein Menü. Das ist ein Nationalgericht von Frankreich. Von Frankreich, da wo wir hinwollen. Haben wir gemacht. Was haben wir gekocht? Crêpes. Geile Crêpes. Und wo? In Berlin. Direkt an der Mauer. Ich glaube, hier hat noch nie jemand gekocht. So sieht es nämlich aus. Wir wünschen uns auf jeden Fall viel Glück, dass wir überhaupt diese Fahrt machen können. Also, votet für uns. Und wir bedanken uns schon mal. Für alle, die schon bisher gevotet haben. Ja. Und jetzt sagen wir aus Berlin Tschüss und machen jetzt bestimmt noch ein bisschen Party. Tschüss.